Hallo und herzlich willkommen zurück auf diesem Kanal. Heute schauen wir uns dein heutiges Horoskop an. Wir gehen auf den Verlauf ein und betrachten die Planetenkonstellation. Auf diesem Kanal werden täglich Horoskope und Inhalte zur Astrologie hochgeladen. Um nichts davon zu verpassen, abonniere diesen Kanal kostenlos. Los geht's! Skorpion, der heutige Tag birgt ein enormes Potenzial für dich, also nimm ihn voll und ganz an und genieße den Tag in vollen Zügen. Deine Emotionen sind stabil und du hast ein tiefes Gefühl des Wohlbefindens, das sich in dir ausbreitet. Diese innere Harmonie stärkt dein Selbstvertrauen und ermöglicht es dir, das Beste aus der positiven Energie um dich herum zu machen. Lasse dich schon früh am Tag auf diese subtile, aber kraftvolle Energie ein und mache dir einen klaren Plan, was du erreichen willst. Mit deiner konzentrierten Einstellung kannst du besonders produktiv sein und Großes erreichen. Die aktuelle Planetenenergie weckt in dir den starken Wunsch, deine inspirierendsten Gedanken in die Realität umzusetzen. Wenn du dir vorstellst, ein Langstreckenläufer zu sein, aber noch nie eine Meile gejoggt bist, ist es jetzt an der Zeit, den ersten Schritt zu tun. Besuche, wenn möglich, ein Sportgeschäft und tauche in die Welt des Laufens ein. Unterhalte dich mit Experten und fange an, dich in den Bereichen wohl zu fühlen, in denen du wachsen möchtest. Denke daran, dass es darum geht, kleine Schritte zu machen und auf dem Weg dahin niemanden außer dir selbst zu beeindrucken. Vielleicht wirst du im Laufe des Tages von einem Kollegen oder deinem Arbeitgeber für deine vermeintliche Rücksichtslosigkeit kritisiert. Anstatt dich mit Argumenten aus der Situation herauszuwinden, solltest du unvoreingenommen zuhören. Vielleicht kannst du aus ihrer Sicht wertvolle Erkenntnisse gewinnen. Wenn du dich auf ein Wortgefecht einlässt, wird der Konflikt nur eskalieren. Manchmal kann die Annahme von konstruktiver Kritik zu persönlichem Wachstum und Verbesserung führen. Die Vorzeichen deuten darauf hin, dass alle romantischen Unternehmungen, die du für heute geplant hast, positiv verlaufen werden. Die Himmelsausrichtung offenbart harmonische Einflüsse bei der Arbeit, die dich und deine in Liebste in näher zusammenbringen könnten, vor allem wenn ihr in letzter Zeit Rückschläge erlebt habt. Es kann aber auch sein, dass du eine neue Person kennenlernst, mit der du dich gut verstehst. Wie auch immer es sich entwickelt, du wirst auf jeden Fall eine sehr angenehme Zeit haben. Wenn sich die Sterne in einem harmonischen Tanz vereinen, bereitet das Universum ein außergewöhnliches Ereignis für dich vor. Sei offen und empfänglich für die zufälligen Begegnungen mit dem Schicksal, die vor dir liegen, denn sie könnten dich in Erstaunen versetzen über die wundersamen Möglichkeiten, die sie enthüllen. Lass dich von der Magie umgeben, die dich umgibt, und vertraue darauf, dass das Universum die Dinge zu deinen Gunsten ausrichtet. Mit dem Mond im Löwen ist die zwischenmenschliche Kommunikation von Scham und Diplomatie geprägt. Heute fällt es dir leichter, Konflikte mit einer sanften Herangehensweise zu bewältigen, indem du deine Gefühle aussprichst, anstatt leidenschaftlich mit denjenigen zu streiten, die anderer Meinung sind als du. Indem du das Verständnis förderst und unnötige Konflikte vermeidest, kannst du eine harmonischere Atmosphäre unter deinen Mitmenschen schaffen. Abschließend möchte ich sagen, dass du, Skorpion, das Beste aus diesem fantastischen Tag machen solltest. Deine Gefühle sind stabil und dein Wohlbefinden ist groß. Lass dich von der positiven Energie anstecken und nutze dein Selbstvertrauen zu deinem Vorteil. Setze deine inspirierenden Gedanken in konkrete Handlungen um und gehe in kleinen Schritten auf deine Ziele zu. Nimm konstruktive Kritik mit Anstand an und lerne daraus. In Herzensangelegenheiten genieße die harmonischen Einflüsse, die im Spiel sind, und schätze die Verbindungen zu deinen Lieben. Sei offen für die außergewöhnlichen Ereignisse, die das Universum für dich bereithält, und vertraue darauf, dass sich die Sterne zu deinen Gunsten ausrichten. Mach dir den Charme und die Diplomatie des Mondes im Löwen zunutze, um friedliche Interaktionen mit deinen Mitmenschen zu fördern. Das Universum hat sich verschworen, um magische Momente zu schaffen, die deine kühnsten Träume übertreffen, also bleibe offen und empfänglich für die Wunder, die vor dir liegen. Wenn du dich von den ermutigenden Botschaften, die wir in unseren täglichen Horoskopen vermitteln, angesprochen fühlst, laden wir dich ein, unseren Kanal zu abonnieren und Teil unserer Gemeinschaft zu werden. Wenn du unseren Kanal abonnierst, verpasst du nie wieder die kosmischen Ratschläge, die deinen Tag erhellen und dich auf deinem Weg zur Größe inspirieren können. Und vergiss nicht, einen Daumen hoch zu drücken, um deine Wertschätzung für die positive Energie zu zeigen, die wir in dein Leben bringen wollen. Dein Interesse beflügelt nicht nur unsere Leidenschaft, sondern hilft auch, die kosmische Weisheit an andere weiterzugeben, die sie brauchen. Außerdem freuen wir uns, von dir zu hören, also hinterlasse einen Kommentar und lass uns wissen, wie die Sterne dich heute leiten. Lasst uns gemeinsam diese kraftvolle kosmische Verbindung nutzen und die Welt mit Positivität und Liebe erhellen. Danke, dass du ein Teil unserer himmlischen Reise bist. Nun ziehen wir zwei Tarotkarten und gehen auf die Bedeutung für den Tag ein. Die 9 der Münzen steht für Überfluss, Selbstgenügsamkeit und den Genuss der Früchte deiner Arbeit. Diese Karte deutet darauf hin, dass du dich heute in einem Zustand materieller und finanzieller Sicherheit befinden könntest. Sie steht für eine Zeit der Unabhängigkeit, des Luxus und der Zufriedenheit, die sich aus deiner harten Arbeit ergibt. Die 9 der Münzen ermutigt dich, die Fülle und den Segen zu schätzen, die dich umgeben. Sie erinnert dich daran, die Früchte deiner Arbeit zu genießen und stolz auf deine Leistungen zu sein. Diese Karte lädt dich dazu ein, dich selbst zu versorgen und den Freuden des Lebens zu frönen. Neben der 9 der Münzen haben wir die 4 der Kelche. Diese Karte steht für Selbstbetrachtung, Kontemplation und ein Gefühl der Unzufriedenheit. Sie steht für eine Zeit des Nachdenkens, des Hinterfragens und der Notwendigkeit, deine aktuellen Umstände neu zu bewerten. Die 4 der Kelche lädt dich dazu ein, einen Schritt zurückzutreten und dein emotionales Wohlbefinden und deine allgemeine Zufriedenheit zu überprüfen. Sie deutet darauf hin, dass in deinem Leben vielleicht ein Gefühl der Langeweile oder Selbstzufriedenheit herrscht. Diese Karte zeigt dir, wie wichtig es ist, neue Perspektiven zu suchen, Dankbarkeit zu empfinden und offen für neue Möglichkeiten zu sein. Die 9 der Münzen und die 4 der Kelche bilden zusammen eine faszinierende Kombination für diesen Tag. Die 9 der Münzen betont den Überfluss und die Selbstversorgung. Während die 4 der Kelche die Aufmerksamkeit auf die Notwendigkeit lenkt, in sich zu gehen und neue Quellen der Erfüllung zu finden. Mach dir heute die Energie der 9 der Münzen zu eigen, indem du die Fülle in deinem Leben zu schätzen weißt. Freue dich über die Früchte deiner harten Arbeit und gönne dir den Luxus, der dir Freude bereitet. Mach dir ein Gefühl der Selbstgenügsarmkeit zu eigen und genieße die Befriedigung, die du aus deinen Erfolgen ziehst. Gleichzeitig solltest du dich mit der Energie der 4 der Kelche auseinandersetzen, indem du dir Zeit für Selbstreflexion und Kontemplation nimmst. Untersuche dein emotionales Wohlbefinden und erforsche Bereiche, in denen du unzufrieden bist. Suche nach neuen Perspektiven und sei offen für die Möglichkeiten, die sich dir bieten. Diese Deutung steht für einen Tag der Fülle, der Selbstbeobachtung und des Strebens nach neuer Erfüllung. Mach dir die Energie der 9 der Münzen zu eigen, indem du die Belohnungen deiner Bemühungen genießt. Nutze die transformativen Qualitäten der 4 der Kelche, wenn du über deine aktuellen Umstände nachdenkst und nach neuen Quellen der Zufriedenheit suchst. Erinnere dich daran, die Fülle in deinem Leben zu schätzen und dich an den Belohnungen für deine harte Arbeit zu erfreuen. Sei offen für neue Perspektiven und Möglichkeiten des Wachstums. Wenn du die Qualitäten der 9 der Münzen und der 4 der Kelche kombinierst, kannst du den Tag mit einem Gefühl der Selbstgenügsamkeit, der Selbstbeobachtung und dem Potenzial, neue Quellen der Erfüllung und Zufriedenheit zu finden, bewältigen. Untertitelung des Zufriedenheit